Wir müssen halt einfach... Wir haben halt keine Chance gegen wirkliche Teams, ne? Na, wer meint? Wir machen jetzt einfach ein Team, das was machen kann. Das funktioniert so nicht. Wir gewinnen damit gar nichts. Ansonsten... So, hat sich das Programm einfach beendet? What the fuck? Come on, showdown? Jo, okay. Ähm... Hip. Okay. Okay. What's this bullshit? Um... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte ich das Programm mal einfach bemühen? The Fog? Pokemon Shoulder? Jo, okay. Boah, ist das Bullshit. Um... ... 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 Unter anderem, was halt geil bei dem Viech ist, es hat White Guard, das heißt AOE-Moves treffen uns nicht. Es hat Fake Out, Fake Out, bester Move im Game wahrscheinlich und Seismic Toss, um selber ein bisschen damage zu machen. Es hat außerdem Eject Button, damit wir halt Intimidator häufiger proben. So, dann haben wir Alola, äh Persian Alola, das ist ganz nice. Dann haben wir das Viech, das Viech, das Viech und ja, wir lassen einfach spielen. Keine Ahnung, kriege ich das vernünftig. Aber das war gut, die Runde, war schon deutlich besser. Der Start war auch deutlich schöner irgendwie. Das hat garantiert Competitive und das kriegt jetzt wieder einen Buff. Oh mein Gott! Competitive ist zu gut. Hm. Ist das normal? Ehh. Ist das denn das normal? Machen wir mal das, dann machen wir mal Melee-Evolve und ähh. Das ist ein Latsch-Probe. Aber wenn das mal nicht ne neuse Kombos ist, würde ich behaupten, ne? Explosion OP. Das hat auch Competitive, ich wusste es, ihr geht. Ähh. All's noch nicht. Das ist ein Latsch-Probe. Da. Da. Das ist ein Latsch-Probe. Das ist ein Latsch-Probe. Das ist ein Latsch-Probe. Und da. Und da. Warte. Und da. Und da. Das ist ein Latsch-Probe. ok in garantie psychomuster drauf machen das ist ein problem das ist ein großes großes problem wir müssen einfach ein bisschen zeit schinden ha 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 das war ein guter move war eine gute sache alles in allem die hätten keine AOE moves sehe ich gerade ich habe garantiert nicht mehr 100 Leben das kann mir keiner erzählen komm schon ja nein ja ach aber das ist gar nicht mehr so väter eigentlich die Gegner alle surrendern jungen easy ich hasse absolut alles change name ähm boah das ist der gleiche Typ wie vorhin so machen wir mal wieder die gute Combo Landorus mit Gingo also das ist halt echt nice mit Explosion ja das ist definitiv ne nice das ist halt das wird wieder diese hässliche kacke egal das passt schon aber das wird wieder diese hässliche kacke sein mit dem kackviechchen er startet auch jedes mal gleich das passt ähm er hat levitate ich kann halt nicht gegen Dingens spielen ok das passt das geht an das mal 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 ja egal das Viech sollte dadurch sterben tatsächlich mega viel damage oh wow ich hab das falsch angegriffen ich bin weh mit ich wollte Lantern angreifen mit Fake Out mal mal dann machen wir jetzt mal ich hab keine ahnung was das für ein Viech ist bei Role ähh switchen wir wieder ein Fake Out Fake Out rein machen wir jetzt mal Fake Out auf das hier und machen Slut Slut wieso kann Fake Out das nicht tanzen? verstehe ich nicht aber gut verstehe ich halt echt nicht aber weil es innerfokus wird ok das Viech kann nur einzelne Angreifen glaube ich das Viech ist hier komplett nix los also nicht komplett aber ziemlich nicht wir müssen halt einfach wir haben halt keine Chance geschickt wirkliche Teams ne nevermind wir machen jetzt einfach ein Team was was machen kann das funktioniert so nicht wir gewinnen damit gar nichts ansonsten an einen den und den den und ja okay okay boh ist das bullshit okay